meine güte leute hallo leute schön dass ihr wieder gekommen seid zum let's play wie sports das hättet ihr sehen müssen ich hätte beinahe die platinmedaille nach hause mitgenommen das loch 10 hat beim ersten schlag gesessen aber was mache ich im schloch 7 stark geschlagen jesus christ nah ich sehe nah ich sehe ich sehe nein nein das wäre schon drin gewesen man ja ich sehe na knapp daneben 3 3 3 habt ihr das gesehen 3 3 so jetzt muss es sitzen tadaaa nice in challenge cleared aber was bringt es wenn ich schon im loch 9 gescheitert bin nice in tschuldigung das war jetzt tipp zu stark das war deutlich zu stark nice in nice in nice in nice in rot gode jungen nice in no Das war knapp. Ich weiß nicht, was ich jetzt in dem Moment gedacht habe. Oh, Moment. Mist, ich war etwas nervös. Das darf nicht sein. Das ist fehl am Platz. Nein, ich sehe. Okay, Loch 10. Scheiße. Nein. Nein. Ja, okay. So muss es ja auch nicht übertrieben sein. Wenn dann so, Leute. Aha, Facepalm. Also die Platte-Medaille ist schon in Reichweite. Nice hit. Es liegt Platte-Medaille in der Luft. Nein, ich sehe. Ich kann es schon riechen. Nein, ich sehe. Nicht, dass es danach schmecken würde. Nein, ich sehe. 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 das war tick zu stark von stärke her war es in ordnung aber soll halt nicht übertrieben rauskommen weil sonst springt dabei natürlich raus also noch ein versuch das ist schon übel wenn man mehrere versuche dafür benötigt so doch nicht nice in 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 much Ja, jetzt gehst du rein, oder? Nö, hast du noch mal Glück gehabt. Also dann Leute, bis zum nächsten Part. Ciao.